die ganzen main widow spieler die die regen sich bestimmt auch immer drauf auf dass das dass jeder keinen mit kein widow will können hat darauf scheißen wenn andere will nimmt nimmt nimmst du an so genau du sombra und ich nehme besten ich spiel tracer aber defensiv genau du stehst immer nur hier im eck und wenn einer kommt machst du nur also ich habe meinen rechner der ging immer aus der warstens mainboard wo im sack war oder netzteil kann es auch sein aber vielleicht wird sie immer zeit bei dir für ein upgrade bei mir ja vielleicht ja ich habe ich nütze es dann immer als anlass führen ja ich glaube den rechner also so wie er jetzt ist außer grafikkarte habe ich jetzt seit 2013 wenn ich nicht vorgehe nicht vor die nicht vor das wort schon wenn wenn du charge dann versuche gegen eine mauer start schon nicht so weit weg wollte ich auch ich wollte nicht so weit weg ich wollte gegen die fracht schargen eigentlich nicht gleich durch die ganze map ich bin fast down ich kann sonst nichts mehr machen das kommt gar nicht gut so was drin aber ich habe das ulti gecancelter ist was in der falle ist rené erschießen dann fragen hat die hat die hat die angel hat jemand an der hat jemand angebissen ich würde einfach dass das rad jetzt praktisch nicht dass es hier ja weil wir stehen gerade so gut ist wer scheiße wenn das 34 rausnimmt auch war es hat mich doch bei mir ja mir lebt noch heute, das ist nice, passt alle ok soldier ist tot, unwichtig, seniater auch unwichtig, unsere mercy lebt noch, das ist nice, haben die ne pharah? nein, dabei nicht, oh ja, haben sie, entschuldigung, haben sie, ja und was soll die ulm? die war spitzend scheiße, sorry, ich bin sehr dumm, wenn jeder, äh zu spät ja, das war 2-8 unser soldier hat ja die ganze Zeit in der Ecke angegriffen, von einem lucio ja ok, aber gegen einen lucio sollte sich wehren können eigentlich stehe ab, ich sage nur mal so pharah, über uns, geht auf mich chank ist fast down ja ja ja, ja, bei mir ist n aber unser soldier kümmert sich vorbildlich um die pharah ja, Achtung, wir haben einen geboosteten Randhardt, scheiße fernhalten, fernhalten, fernhalten nice, er ist down ok, die wehren von der Karte, warum machst du das? inem, inem, mister, diese hexe ist in Schuss ja, die wollen essen, oh, ich bin fast down, Hilfe nein, ich bin down ich nicht lucio hängt an dem Punkt, lucio hängt am Punkt nicht nur der lucio bleibt am Punkt, bleibt am Punkt ich bin down oh, jetzt haben die biete ja, in dem Moment, wo ich ihn Randhardt gedownt hätte urloh ich bin tot hmmm scheiße war ich so kurz vor dem Punkt, ja oh, das war nix sorry, das hätte ich lassen sollen toll hinter uns ist noch ein paar was, klaffte ich da an? alles die Pharah sorry, die Pharah kann ich halt nix machen ja tut echt, sorry irgendwie bin ich machtlos warum switcht der zu Pharah jetzt? wir brauchen den als Pharah-Counter wir haben keinen Pharah-Counter mehr geben Sie hat eine Rechtestrafe Kinder, ich bin verdammt detach Rana kommt uns gleich von unten aus der Kellertür. Ein bisschen Schaden kommt auch von mir. Mit meiner Ult kann ich Bissi Fairer Counter spielen, aber das ist nur sehr minimal. Die kommt links, 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 links. Die Fairer kommt links. Fairer dran, ich spiel Fairer Counter. Der Charged gleich, nehm ich an. Okay. Ach, scheiße. Ach gut. Nein, scheiße. Hättest du nicht, hättest du nicht früher sterben können. Ich hab mich noch geschildert, sorry. Oh fuck. Und ich bin down. Ich bin ganz allein. Nein. Nein, ich bin schon wieder down. Ich auch. Jetzt haben sie's. Jetzt haben sie's. Nein, noch nicht. Doch, jetzt haben sie's. Was? Jetzt aber. Schlechtes Team. Ich bin unter anderem. Das ist so schön. Jetzt ist die Karte geschlossen. Das ist alles geschlossen. Punkt der Stand. 5 zu 3. Seitenboxen. Machen Sie sich bereit zum anderen. Welten Sie Ihren Helden? Ähm, pfff. Ja, okay, jetzt haben wir, ich weiß nicht, ob Sie die Tanks haben. Ne, mach einer, René. Na ja, die waren auch keine drei Tanks. Ne, ne, ich wechsle dann. Oder der so, ja, ich wechsle dann zu irgendwas nochmal. Mach ich Senjata. Äh, oder Lucio. Was meint Ihr? Ähm, Lucio... War nicht schlecht. Weiß nicht. Ich meine, der Heel von Lucio ist nicht gerade der Beste, die Ult ist halt gut. Äh, mach ich. Discord, auf Pharah, please? Ja. Also halt dieser Orb, dass die Beach mehr Schaden nimmt. Das heißt, wir müssen vom Götten buchen, Mama Mia. Hm. Naja, okay, unsere, unsere Battle Mercy macht das schon. Nein. Das ist aber auch die letzte Runde für mich. Okay. Nein! Okay, nein! Was sagst du jetzt? Trotzdem. Da wirst du einfach überstimmt und du sagst trotzdem nein. Ja. Ach. Ich bin jeden Morgen so fertig auf der Arbeit, das ist auch wahr. Ja, glaub ich, ja. Ja, ne, ist ja nur Spaß. Ist ja nur Spaß. Ja, ist schon klar. Aber ich würd ja gern. Ich hab keine Barriere, noch jemanden. Ich tut mir egal, wer immer Barriere braucht. Jetzt erst wieder. Wow. Hat das was mitgenommen? Ja, hat. Okay. Er ist hinter uns oben. Ja, egal. Welche lang wir bei der Fracht sind. Wusio kommt zu uns. Okay, das war jetzt grad Schrot. Sorry. Servus, Leute. Hi. Wir haben den ersten Barriere. Ah, Scarlet. Den hab ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, Mann. Das ist schon etwas lange. Ah, soldier fuck. Habt ihr euch mal den neuen Mayskin angeguckt? Ja, schaut urgeil aus, find ich. Ja, aber ist euch da was aufgefallen? Ähm, ähm. Es war ja schon immer ein Geheimnis so, ob May eigentlich fett ist oder nicht. Weil sie immer halt so dicke Klamotten anhat. Ach, scheiße. Sie ist recht dünn, ja, stimmt. Die... Habt ihr mal die Hüfte gesehen, Alter? Äh, nicht die Hüfte, sondern die Taille. Junge, wie zusammengequetscht die ist. Und dann mal ihre Beine gesehen. Junge. Das... Das... Das ist no sense. Das ist no sense. Die Beine sind sowas von krass fett. Die Beine sind so fett. Ach so meinst du, okay. Okay. Es macht überhaupt keinen Sinn. Die hat... Vom Oberkörper her... Ich ulte sie jetzt rein, ja. So ne krasse Figur und die Beine sind so fett. Man weiß immer noch nicht, was jetzt da los ist. Ob die einfach nur schlecht designt ist oder so. Alter, dieser Solcher schon wieder. Ich würde aber heute so nett zum Zocken kommen. Keine Lust gerade, ey. Wie sind denn Mario Mauds? Ist das so ne Art Capture the Flag? Ah, Capture the Flag, ja. Okay. Okay. Ein bisschen... Noch dran was gemacht oder wirklich original Capture the Flag, wie man es aus allen Shootern kennt. Mehr oder weniger. Du musst kurz warten mit dem Einnehmen. Also du kannst das Blocken das Einnehmen, indem du einfach mit drin stehst. Okay. Und wenn auch kein Ownpoint ist, eine Tracer oder Sombra kriegt die Frage, ist die Push repetiert. Ja. Also wenn es als Tracer oder Sombra die Frage mal hasst, ist es wirklich GG. Ähm, ist das auch ne brandneue Map an sich oder ist das... Naja, nur ein bisschen, nur ein bisschen umgebaut. GG umgebaut. Okay. Oder dekoriert, kann man fast eigentlich nur sagen. Naja. Und der Spawn, glaub ich, ist neu gemacht aber. Ja, der ist ein bisschen weiter hinten halt. Ähm, schaffen wir das, glaubt ihr? Ja. Du sagst ja? Okay. Ne, ich wollte mich eigentlich nur vergewissern, dass ihr vielleicht das auch gemerkt habt. Weil ich traue mir nicht drauf. Ja, ich hab's dir so genau noch nicht angesehen. Ich hab mir halt jeden Skin angeschaut. Äh, ich wollte eigentlich auch noch mal den neuen Mode zocken, aber jetzt schon easy, kinda late. Ich glaub jetzt noch mal, jetzt die Geräte fertig und dann geh ich pennen. Das ist unfassbar, was die an Schaden machen, die Gegner. Ja. Ich merk's, ich merk's, glaub's mir. Aber macht, macht der Bock der Mode? Total. Ja, ist recht lustig. Also nicht so ne Scheiß wie mit... Nein, nein, nein. Kein so ne Schneeballdreck oder irgendwie so ne Rotz. Okay. Ich find's richtig geiler. Vor allem, weil du auch ein bisschen ne andere Strategie brauchst, ne? Wie halt bisher. Finde ich cool, finde ich richtig gut. Ein paar müssen deffen, ein paar müssen vor. Boah, wir Captions und Flagge halt. Also richtig geil. Mhm. Ja, die haben ja selber gemeint, dass die ja... Äh, noch... Nochmal... Also, dass die ja auch, äh... Deutscher von hinten! Deutscher von hinten! Deutscher von hinten! An einem ganz neuen Modus, so. Schon ein bisschen länger her, aber sie haben's in Betracht gezogen. Ja, ich habe einen Bastion. Ah, okay, du spielst nicht. Ah, ich wollte schon sagen, du kannst dich vom Bastion umbringen. Du bist grad ein bisschen allein da hinten, René. Ja, ich war's. Ich war's. Ich wollte mir ein Bastion angregen, aber das sind mit einem DWA-Bastion gekommen. Alles klar, dann hört man sich morgen vielleicht mal. Macht's gut. User disconnected from your channel. Was?! Kann wiederbeleben, aber ich bin tot. Ich muss... Ich lauf jetzt erst los. Ich bin auch tot. Wir haben noch... Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ich hab' noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ich hab' noch Zeit in der Zweck. Ich hätte direkt chargen können. Ist ja eine Ulti. Hat kein Ulti, sorry. Alter. Wo sitzt er? Ich weiß es nicht. Ah, oh ja. Im Haus drinnen. Hinter der Fracht. Also rechts von der Fracht. An den Punkt, 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 an den Punkt. Nein! Nein! Mann! Der Stinn ist down. Ich bin down. Am Punkt bleiben. Hast du mal Heal noch gekriegt, René? Ja, ich gebe noch. Aber die Fracht muss da... Ah, scheiße. Da ist sie an der Fracht. Healte ihn. Der hat mich nämlich gekillt, diese Sau. Ach, scheiße. Ich bin down, Bastion. Das war gut. Ich habe mein Schild direkt beim Bastion seiner Ult machen können. Ach, danke. Danke, Merci. Danke. Ich habe wieder 9000 geheilt. Ach, danke. Ähm... Ich bin irgendwo bei 25000. Alter. Du bist halt ein Verrückter. Ja, okay, was du da heilen musst jetzt, das ist ja irre. Ich habe... Ah, 24840. Wir werden uns richtig. Falscher Chat... Ja. So, ich werde mit Senatrix Discord äh... Pharah. Ähm... hast ein Pech, es ist kein Team Chat. Müsstest du da reinschreiben. Ich habe schon geglaubt, du sprichst bitte selber. Nein. Nein. Okay, eine Minute, eine Minute halten und dann in einer Minute den ersten Punkt einnehmen. Das wird lustig. Ich würde sagen, wir Deffen hier bei der Brücke, da können wir am wenigstens geflankt werden, da wo unsere schöne Mercy steht. Achso, Unterputze auch, ja. Entschuldigung. Du hast dich hinter der Mercy versteckt jetzt, gell? Hilfe! Reaper. Achso, ja, ihr seid Tiger. Haha. Okay. Also, Reaper kommt sicher von hinten. Reaper, not my fucking job. Ah, Reaper, bei mir. Mein Job ist es eigentlich auch nicht, aber ich mach mal. Oh, der Junkrat hat mich eh. Ah, nein, ey, das kann's doch nicht sein. Bin auch down. Die haben natürlich wiederbelebt. Noch 10 Sekunden. Scheiße. Alle down. Alle down. Alle down. Alle down. Nicht so weit vor, renn René. Okay. Okay. Ja. Nice. Danke von hier. Haben die ne Mei? Nein! Jetzt haben wir's. Scheiße. Scheiße. Wir haben's, okay. Mama Mia. Jetzt hab ich 27.500. Was ist denn dein Rekord? Äh, gute Frage. Ich glaub irgendwas haben die 30.000. Dein 30.000. Machen Sie sich bereit zum anderen. Das könnten wir jetzt erreichen. Soll ich Junk machen anstatt? Nein. Also es hat, es hat, es hat eigentlich gut geklappt grad. Ja. Also hier haben wir nur noch, äh, Bronze Kills, ne? Aber der Soldier ist nicht schlecht. Der ist gut. Besser ist der Gioner Soldier. Naja. Miau! Gotcha! Ja, das ist meine, die wollen raus unbedingt. Nix, jetzt, warte, das ist doch kalt, sind die doof. Oder wie sind die? Ja, die sind doof. Haha. Es ist kalt, die sind doof, die wollen raus, ich weiß. Und in den 10 Minuten wollen sie wieder rein. Ja, du willst nur ins Bild, wenn's warm, wenn's teilt ist. Okay. Wir schaffen das. Ihr zwei könnt ordentlich pushen. Hoffe ich. Ich bin euer Supporter. Oh, okay. Sie haben keinen Reinhardt, sie haben dafür noch nicht zu tun. Und dann Bastion, Bastion. Wo steht der? Fucking me. Gleich oben. Bei der Brücke. Ich hol mich mit einem Charge. Ja. Er ist wieder hochgeheilt. Bastion down. Nice. Diva hat Discord. Reinhardt. Reinhardt. Ja, wir sind unten. Okay. Ja, das ist ja nice, wir schaffen das wirklich noch. Wir müssen am Punkt bleiben. Achtung. Wie weit? Oh mein Gott, die waren weit vorne. Okay, bis um die Ecke schaffen, ist auf jeden Fall. Ähm. Ist. Kannst du. Nicht so weit vor auf jeden Fall, wir müssen am Punkt bleiben. Ähm. Ich vor und nicht vor. Ich heu jetzt gleich mein Ult. Jetzt. Ich bin aber an der Fracht. 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 Die W ist down. Die W ist down. Egal, wir haben's. Die Ult hat nichts mehr gebracht. Nice. Wir gewinnen bei so ein knappes Match. Ich pack's ja nicht. Ich bin hin und weg von euch. Geil, Mann. Das war ein richtig geiles Spiel. Ich liebe euch. Du darfst jetzt nicht gehen. Das war ein richtig geiles Game, Alter. Leck mich jetzt. Das war richtig geil. Oh. Oh yeah. In normalen Gründen für solche Spiele immer die Gegner. Das war so nice. Oh. Geiler Heal. Oh. Passt. Nice. Nausicaa. Nausicaa eh. Das ist ein Manga, glaube ich. Ein Anime. Recht traurig. Makes me sad. Ja, hi. Haha. Ja, aber hat euch alles nicht gerettet. Heute wird geknallt. Ah, nur 30.000. Schade. Ja. Kriegst du, Mann. Kevin ist gekommen. Ich, ähm, mach mir mal schnell ein Stückchen Kuchen, René. Alter, wir haben fast 21 Minuten. Ah, das ist meine neue Bestleistung. Das ist meine neue Bestleistung. 30.534 in dieser Saison. Das war ein anstrengendes Match. Ich will wissen, wie viele Punkte wir kriegen. Das müssten doch mindestens 1000 Punkte wert sein. Mindestens. Ich bin noch drei Punkte weiter als vorher. Ja, ich bin noch nicht viel weiter. Okay.